Hallo, hier ist BibleTunes und die neue Staffel Bibelesen mit Detlef. Herzlich willkommen zu Tag 2 unseres Bibel-Experiments. Nachdem wir uns am ersten Tag einen relativ leichten Text angeschaut haben, den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, wollen wir uns heute einen deutlich schwereren Text anschauen. Und zwar aus dem Richterbuch, Kapitel 11, die Verse 29 bis 35. Die Opferung der Tochter Jeftas. Wirklich ein unfassbar schlimmer Text. Und ich dachte, ja, lass uns mal die Latte so richtig hochlegen und mal schauen, wie unser Bibelbaukasten heute funktioniert. Bist du bereit? Ich lese aus der Hoffnung für alle. Pack dir deine Bibel aus oder deine Bible-App, Buchrichter, Kapitel 11, und lies am besten gleich mit. Und deinen Bibelbaukasten hast du dabei. Bibel-Experiment Teil 2 kann starten. Da kam der Geist des Herrn über Jephthah. Er durchzog das ganze Ostjordanland von Gilead im Süden bis zum Stammesgebiet von Manasseh im Norden, um seine Truppen zu sammeln. Dann kehrte er nach Mitzpah in Gilead zurück und führte das Herr in die Schlacht gegen die Ammoniter. Zuvor legte er vor dem Herrn ein Gelübde ab. Wenn ich die Ammoniter mit deiner Hilfe besiege und heil zurückkehre, dann soll dir gehören, was mir bei meiner Ankunft als erstes von daheim entgegenkommt. Dann zog Jephthah in den Kampf gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Jephthah schlug die feindlichen Truppen in Aroer und in 20 weiteren Städten bis nach Minit und Abel-Keramim. So fügten die Israeliten den Ammonitern eine vernichtende Niederlage zu und unterwarfen sie. Dann kehrte Jephthah nach Mitzpah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, kam seine Tochter heraus. Sie schlug das Tambourin und lief ihm tanzend entgegen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keine Tochter und keinen Sohn. Als er sie sah, zerriss er entsetzt sein Gewand und rief, Meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück. Okay, jetzt müssen wir alle erstmal ganz tief durchatmen. Und dann nutzt doch die Pause, die wir jetzt machen, damit du dir diesen Text nochmal in Ruhe selber durchliest und dir einige Gedanken dazu machst und auch mal versuchst einzuordnen, was soll dir dieser Text, diese Geschichte sagen? Was kannst du da für dich persönlich rausziehen? Da sind viele Emotionen drin, viele Fragen. Schreib mal alles auf. Ich werde das jetzt auch tun. Und wir nutzen diese Pause. Es läuft etwas Musik. Am besten drückst du auf den Pausenknopf. Nach der Pause hören wir uns wieder und machen uns gemeinsam Gedanken über den Text. So, da bin ich wieder. Ja, was sagst du? Also, ich würde sagen, einer der schwersten Texte der Bibel überhaupt. Als erstes habe ich mir mal meine Emotionen aufgeschrieben. Also, was da so in mir hochgekommen ist, als ich das gelesen habe. Das ist zunächst mal Wut. Einfach Wut. Ich bin wütend auf Jephthah. Ich meine, der opfert seine Tochter unserem Gott. Wie kann er nur? Das ist so hässlich. Es ist eine Fassungslosigkeit bei mir und auch eine Trauer über die Tochter, deren Name gar nicht genannt wird. Es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Und dann kommen ganz viele Fragen. Ganz viele Fragen. Also grundsätzlich die Frage, was macht so ein Text in der Bibel? So eine schlimme Begebenheit. Aber auch die Frage, Gott, wieso hast du das zugelassen? Wieso hast du Jephthah den Sieg geschenkt? Du wusstest doch, dass er dieses völlig gnadenlose, abartige Gelübde ablegt und wozu das führen wird. Das wusstest du doch. Warum hast du das nicht verhindert? Das ist eine ehrliche Frage. Denn wenn ich in diesen Text reinschaue und ich habe das mal so für mich gemacht, so entpacke den Text, wie oft Gott davor kommt. Und ich meine, das ist schon etwas. Gott ist da schon involviert. Das muss man ganz klar sagen. Es heißt ja, da kam der Geist des Herrn über Jephthah. Gott war mit Jephthah. Ja. Und er legte vor dem Herrn ein Gelübde ab. Er betet ja zu Gott. Herr, wenn ich dir Ammonite besiege, hilf mir. Ich will dir zu Ehren ein Opfer verbrennen. Und dann heißt es, Jephthah zog in den Kampf und der Herr schenkte ihm den Sieg. Das ist krass. Gott war mit ihm. Gott hört sein Gebet. Und Gott schenkt ihm den Sieg. Und Gott wusste doch, was passieren wird. Und jetzt hat er nicht nur einfach einen Sieg errungen, sondern auch noch 20 Städte erobert. Wirklich einen ganz erfolgreichen Sieg. Dass man wirklich sagen kann, es ist klar, es ist wirklich ein Sieg. Also es ist nicht nur einfach so ein bisschen so knapp gewonnen, dass Jephthah vielleicht noch sagen konnte, ah ja, so ein richtiger Sieg war es nicht. Ich glaube, das Gelübde muss ich nicht einlösen. Denn es ist klar, Gelübde, ja, was man Gott verspricht, das muss man halten. Das ist mir schon klar. Aber was ist, wenn ich Gott etwas Falsches verspreche? Muss ich das dann auch einhalten? Und jetzt kommt ihm da seine Tochter entgegen. Sein einziges Kind. Sie hatte noch kein Kind geboren. Es gab noch keine Enkelkinder. Also die Fortpflanzung in der Familie war noch nicht, dafür war noch nicht gesorgt, was ja damals im Alten Orient sehr wichtig war. Er zerreißt seine Kleider und dann sagt er, meine Tochter, ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ja, hallo, ich meine, was kann jetzt die Tochter dafür? Das ist noch so eine Frage, oder? Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück. Jephthah, das ist deine Tochter. Wie kannst du nur glauben, dass Gott will, dass du deine Tochter für ihn opferst? Okay, jetzt nehmen wir uns mal den Baukasten vor. Das Bibel-Experiment kann beginnen. Was hast du für dich herausgefunden? Irgendwie, bei mir funktioniert das nicht so richtig hier. Wo finde ich hier die Liebe und die Gnade Gottes? Puh. Licht und Orientierung. Kraft und Autorität. Wo gibt dieser Text mir Kraft? Welchen Hunger weckt dieser Text? Ja, also nach Gerechtigkeit. Es geht doch nicht. Okay, ja. Hunger nach Gerechtigkeit. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die, denen es nach Gerechtigkeit dürstet. Sie sollen satt werden. Ich weiß, dass in dieser Welt auch heute noch so viel Ungerechtigkeit im Namen Gottes geschieht. Okay, guter Punkt. Ja. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit, Gott. Ich bete, dass du das aufhältst. Aber ich frage mich immer noch, warum hast du damals nicht eingegriffen? Das bleibt eine offene Frage. Kriegt er keinen Deckel drauf auf diesen Topf? Keine Antwort. Boah, wo kann ich da wachsen? Wo kann ich da reifen? Welcher Nutzen hat dieser Text? Tu mich wirklich schwer mit diesem schweren Text. Und ja, das ist eine gute Herausforderung für unser Bibel-Experiment. Okay, was hast du? Was hast du? Was hat dich angesprochen? Was hast du für Gedanken? Ich versuche mal eine Sache. Ich versuche mal eine Sache und zwar, Ich habe da so eine Lichtspur gefunden. Also dieser Text wirft Licht auf ein ganz großes Thema. Auch in meinem Leben. Und es ist das Thema Gottesbild. Jephthah hatte ein definitiv falsches Gottesbild. Ich kriege die Frage nicht geklärt. Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Er hat das laufen lassen. Das war Kontext, Zeit der Richter. Es ging drunter und drüber. Aber jeder tat das, was in seinen Augen richtig war. Und auch das, was er als Gottesbild gesehen hat, was er für richtig gehalten hat, wer Gott ist. Danach hat man sich ausgerichtet. Und Jephthah tut das. Und zwar par excellence. Das ist natürlich hier eine schlimme Formulierung. Aber er sieht Gott so, als ob man ihm etwas opfern müsste, als Dankeschön für das, was er getan hat. Ja, natürlich hat man geopfert. Man hat Tiere geopfert im Tempel. Aber man hat auch keine Menschen geopfert. Und Gott verbietet das auch in der Tora. Wie kommt Jephthah nur darauf? Ja, wie kommen wir manchmal auf so schräge Gottesbilder? Jephthah hatte ein absolut desolates, falsches, finsteres, verdrehtes Gottesbild. Aber genau das beleuchtet dieser Text. Wohin das führt. Wohin falsche Gottesbilder führen. Hier im Extremen. Aber manchmal auch schon im Kleinen. Und da haben wir es. Da haben wir den Punkt. Da haben wir unseren Nugget. Falsche Gottesbilder. In meinem Leben, in deinem Leben. Da kommt die Wahrheit ins Licht. Wer ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Und wenn ich das nicht genau weiß, dann kann es zu Verdrehungen, zu Verwechslungen, zu Missverständnissen und zu großem Schaden kommen. Hier ist mein Punkt. Hier beginnt meine Arbeit, dass ich das mal beleuchte in meinem Leben. Gott, wo gibt es so Missverständnisse? Wo denke ich, muss ich was für dich tun, um dir zu danken oder dich zu ehren? Und du willst das gar nicht. Das ist gar nicht so. Es ist falsch. Ein falsches Denken. Oder dass ich etwas tun muss, damit du reagierst. Jefta legt ja dieses Gelübde ab, so quasi als Vorschuss. Ich mache das dann für dich. Oh Gott, wenn du mir jetzt hilfst, bei dieser schwierigen Sache, bei dieser Mathearbeit. Das ist das typische Bild. Oder in dieser schwierigen Lebensinschaft. Wenn du mir hilfst, dann werde ich hinter dies und das für dich tun. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Das sind auch Gebete, die ich schon gebetet habe. Wow, das ist crazy. Da bin ich an Jefta ganz schön nah dran. Das muss ich nochmal überprüfen. Das muss ich nochmal vor Gott bringen. Denn das ist nicht gut. Wo gibt es in unserem Leben diese kleinen Verdrehungen, die zu einem falschen Gottesbild führen? Lass uns da genauer hinschauen. Und lass uns lernen von Jefta. Das ist nicht gut. 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 Vielen Dank.